Ach, kein Problem. Kein Problem. Doch vielleicht ein Problem. Ja, komm ey. Ah nein. Doch nicht so. Ey. Ey, ey, Leute. Ey, Leute. Leute, ehrlich. Hört mal auf damit. Hallo? Du dreckiges Stück Scheiße auf dem Boden. Hallo? Hört mal auf damit, mich so anzumachen. Scheiße, ich bin doch nicht tot. Ey, ich bräuchte mal Leben. Wie kommt man denn hier zu leben? Das kann doch gar nicht sein. Takt. Ey. Hallo? Ich bin gleich tot. Wollt ihr mich verarschen? Hört mal. Das ist ein tolles Job, Dan. Glad you made it, Pilot, dude. Where's the bee? Hold on. Tempo, ich bin so einfach nicht mehr. Das ist ein Spiel. Geh. 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 Geh, geh. Geh. Oh, shit. Geh. 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 Oh nein, er überrascht durch die Schuhe und ist wahrscheinlich tot! Ist das geil! Das ist ja mega witzig, wie sie aus ihrer Kettensäge Das das Telefon rausgeholt hat Okay, hier kann ich mich bestimmt heilen Gib mir... Nein! Da muss ich bestimmt was aus dem Store kaufen Oder ich muss mich doch irgendwie heilen können Ihr wollt nicht doch... Job to shop Orte sind rar gesehen Okay, okay, gib mir mal irgendwas zum... Aller Gesundheit ab Die Musik? Was zur Hölle? Magische Bohnen Lollipop 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 Cool Richtig cool Krasse Fähigkeiten Kettensägenkette Kettensägenstoß Ja Ja Warte was Zwei schneider Pompa Gefolgt von einem tiefen Stoß Ja 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 Alle anderen denken sich jetzt den Rest Okay, füllt 50% Ah, ich muss sie wahrscheinlich irgendwie einsetzen Alles klar mit Dings Ich verstehe Cool Hätte man mir vielleicht mal erklären können Im Tutorial So Permanent 10% Kombus und Roulettentechniken Okay Wir nehmen auf jeden Fall mal hier sowas Das ist super Das würde ich haben Krasse Fähigkeiten können wir uns jetzt nicht mehr kaufen, ne? Ne, krasse Fähigkeiten sind leider aus Okay, wartet mal, wie geht das jetzt? Ah, okay Da ist noch ein Lolli Da ist noch ein Lolli Boah, rastet ja einfach mal komplett auf Boah, die Musik ist extrem cool Ja, ich bin wirklich eine Eile Kein Problem Das ist jetzt schneitern Nein Lass mich los Stammt Stammt Lass mich doch ein Alle in Ruhe Ey Wirklich, wirklich Diese Scheiß Kack zu haben Bis auf dem Boden sind am schlimmsten Der Rest stört gar nicht so sehr Aber die sind echt behindert Weil die sind einfach Die trifft man so unglaublich schwer Ist nicht doof Ich mag die nicht Wow, da sind ja noch zwei Oh, die waren verliebt Tschüss Jetzt habe ich euer romantisches Dinner gestellt Beziehungsweise Euer Gespräch hinterm Pausenhof Boah, geht hier einfach mal ab Okay, und was bringt das? Ah, hier darf man die Kamera nicht drehen Okay Wie koche ich Zombies und coole Tipps zum Pausenunion Na, ja, sehr gut Das Ding sagt Ich koche Zombies Hört gerne, dass hier nicht fett ist Ja, wenn die fett ist, dann Hallo? Achso Achso, das sind Kombos Okay Da werden die Zombies Die Zombies erklärt Die Kombos erklärt Nee, egal, ich muss ausweichen Alles klar Alles klar Zombie-Töten-Anzeige Mhm Mit Schüler retten Ja, ja, okay Ich will mir das noch einmal ansehen Entschuldigt, Handy Alles klar Okay Hab ich das noch nicht freigeschaltet Dann geht es mal weiter hier Okay Okay Woah 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 Zombies sind nicht 26 sind nicht so geil Woah Was zur Hölle Die Zahl macht mehr Angst Oh Gott Oh Gott Hier muss man echt Unglaublich viel ausweichen, glaube ich Hier kann man sich nicht einfach so durchschnitzen Wie ich es gehofft habe Lass mich deinen Vater fühlen Was zur Hölle Was zur Hölle geht mit euch ab Ich finde übrigens Also die Synchronstimme von Juliet Finde ich übrigens sehr sehr gut Ich kenne die auch aus vielen anderen Spielen Und ich finde sie extrem Wirklich Auch extrem passend Weil die ist so leicht Also wirklich recht hoch Sag ich jetzt mal Noch leicht kindlich Und ist echt super gemacht Ich glaube Ich bin nicht sicher ob Vinyl die Stimme auch hatte Also auf jeden Fall Final Fantasy Charaktere Hatten die Stimme auch Also eine 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 weibliche Ich habe eine Fantasy Charaktere Problem Ich schnitzel einfach mal weiter Nein Ja 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 Heißt das Aber die hat es ganz schön drauf Ganz schön gelenk ich Du musst als Genie dann auch sein Ups Ja 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 Und durch Hallo Lass mich mal mit dir in Ruhe Danke Ach du lebst ja noch Jetzt bist du aber tot Jetzt können wir auf jeden Fall So jetzt können wir auf jeden Fall nochmal So ein Loli benutzen Süß was willst du denn von uns machen wir das manso Komm her komm her komm her komm her komm her komm her komm 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 und jetzt kopf ab so macht man das so sie so ist das sauber da vorne geht es aber weiter schauen wir mal was uns erwartet war hier was man Opfer wer schießt denn in der heutigen hallo welcher gute polizist hat in der heutigen zeit noch hat in der heutigen zeit noch revolver hallo man hat jeder muss jeder jeder gute polizist der was auf sich hält hat mindestens eine kettensäge dabei dann wäre hier sowas nicht passiert ey der george ist ziemlich krass was geht mit dir komm mal auf damit george kein problem wir weichen einfach ein bisschen aus dann den jetzt und dann jetzt ihr abstirbt nein ich muss echt noch mehr ausweichen george nummer 1 da ist ein lolli gib mir den lolli was zur hölle alter was zur hölle sind das hallo das sind mutierte zombie mutanten was zur hölle wieso sind denn zombie sind an sich schon mutiert warum sind die denn bitte nochmal mutiert sind die krank oder so wow 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 chill mal die oh die chill mal die können giftgas verspulen sind die behindert das finde ich jetzt überhaupt nicht geil lass mich lass mich in ruhe danke oh 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 ich stehe mit dem giftgas verspulen verdammt verdammt uiuiui verdammt nein 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 das will ich gar nicht will aufstehen verdammt ist jerry arsch ich habe leider mit der blöden flasche nicht gerechnet weil ich da so eine ecke war und kümmerin verdammt oder war cool boah oh gott ich hab mal auf damit mich hier so total krank zu töten seit diesem ja geil ich bin jetzt ich hab gleich mal direkt im ersten gott unrein und uncool okay nehmen wir mal noch zum lolli okay ich glaube ich werde häufiger sterben okay oh nick please be okay nick 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 are you here it's okay to come out nick oh please julia julia i'm so hungry oh oh shit that's okay are you you okay julia you okay julia yes i i are you i uh i uh one bit me just a little bit i i don't know what that means what does it mean huh oh no it can't be Ich fühle mich in mir. Ich werde einen, was ich? Ich... Fuck! Ich habe dein Geburtstag gehalten, nicht wahr? Ich bin sorry, Juliette. Ich... Ich habe keine Geburtstag gehalten. Mein Geburtstag? Keine Angst über das. Das ist das Schmerzeste. Das ist das Schmerzeste. Ich weiß, es ist schmerz. Wir haben gerade angefangen zu werden, aber ich wollte dich wissen. Ich weiß, dass ich es nie gesagt habe, aber ich... Ich habe dich irgendwie... Ich liebe dich. Ich liebe dich. Nick. Nein, es gibt etwas, was wir versuchen. Es ist die einzige Chance, dass wir dich retten haben. Julia? Was? Ich liebe dich auch, Baby! Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Hey, so schlecht war ich gar nicht. Schön. War wieder extrem witzig. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Teil dann wieder. Also bis dann.